Die Franz-Bahls GmbH ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit einer mehr als 70-jährigen Firmengeschichte und wurde im Jahr 1949 vom gleichnamigen Firmeninhaber in Lippstadt gegründet. Seit 2006 führen Achim und Axel Kissio das Unternehmen mit dem großen Produktionsspektrum im Bereich Federn aus Draht und Bandstahl. Vom Standort in Lippstadt werden weltweit Kunden aus verschiedenen Branchen direkt und zuverlässig beliefert. Von A wie Automotive über B wie Baugewerbe werden Kunden in der Luftfahrtindustrie bis hin zu Unternehmen der Textilindustrie und zeitgemäße Betriebe im Bereich der Umwelttechnik beliefert. Aber auch klassische Unternehmensbereiche aus der Elektro- und Möbelindustrie sowie des Maschinen- und Anlagenbaus reihen sich in den Branchenmix der zu beliefernden Kunden ein. 25 fachkundige Mitarbeiter sorgen für die reibungslose Verarbeitung verschiedenster Rohmaterialien. Spezialisiert sind wir auf die Verarbeitung von Edelstählen, dessen Anteil ca. 95 % aller herzustellenden Artikel ausmacht. Unsere Kunden schätzen den direkten Draht zu uns, denn jeder findet hier garantiert seinen persönlichen Ansprechpartner. Hierbei steht die Firma BALS für kurze Reaktionszeiten und individuelle Kundenlösungen. Wir sind flexibel. Von der handgefertigten Feder für die Oldtimer-Werkstatt bis hin zu Millionenstückzahlen für internationale Konzerne produzieren wir für alle Kunden in gleichbleibender Qualität. Ob Prototyp oder Großserie, unsere Unternehmensstruktur haben wir durch jahrelange Erfahrung für die unterschiedlichsten Anforderungen optimiert und angepasst. Wir investieren in die Zukunft. Als Ausbildungsbetrieb vermitteln wir der zukünftigen Generation Know-how. Neben dem unbedingten Willen und Anspruchsdenken kontinuierlich fortschrittlicher und besser zu werden. Wir stellen für Kassenfedern her, dass die Kassen vernünftig aufgehen. Wir stellen für Geldautomatenfedern her, eigentlich für alles Mögliche. Ich stelle Stanzwerkzeuge her für Bieler Stanzautomaten und wir stellen Blattfedern her. Mein Beruf heißt Stanz- und Umfangmechaniker. Weil ich selber Sachen erschaffen kann, weil ich nicht sehe, wie etwas produziert wird, weil ich selber Sachen produzieren kann. Nicht zuletzt ist es unser Team aus verlässlichen Mitarbeitern, das als Garant für eine langfristige, erfolgreiche Unternehmensgeschichte steht. Diese schreiben wir Tag für Tag weiter und freuen uns, wenn Sie uns als Kunde dabei begleiten. Bis zum nächsten Mal. Benutzt. Benutzt. Untertitelung des ZDF, 2020